Die Schilddrüse ist zwar die größte endokrine Drüse, aber dennoch ein relativ kleines Organ. Wäre man ihn jetzt naiv, könnte man meinen, naja, dann spielt sie ja wohl keine wirklich große Rolle. Aber Sie werden es sich ja selber denken, so einfach ist es nicht. Na, es kommt auf andere Dinge an. Zum Beispiel auf die Epidemiologie. Und wenn wir die Epidemiologie betrachten, dann gehören Erkrankungen der Schilddrüse zu den großen Volkskrankheiten. 5% der Bevölkerung sind von einer Hypothyreose, also von einer Unterfunktion der Schilddrüse betroffen. 20-50% von einer Stoma, also von einer Vergrößerung der Schilddrüse oder von Knoten. Aber natürlich, es geht nicht nur um die Epidemiologie, sondern vor allem auch um die individuelle Gesundheit. Und auch hier können Schilddrüsenerkrankungen eine enorme Bedeutung entfalten. Insbesondere deswegen, weil manche von ihnen lebensbedrohliche Konsequenzen entfalten können. Hierzu möchte ich Ihnen im Folgenden ein paar Beispiele zeigen. Das hier ist der Einweisungsschein einer 60-jährigen Patientin, die vom Hausarzt in die Notfallaufnahme eingewiesen worden ist und damit im Rettungsdienst auch eingeliefert worden ist. Wir sehen als Einweisungsdiagnose Tachyarrhythmie, unklare Genese, Ruhe, Dyspnoie. Außerdem schreibt der Arzt noch beginnende kardiale Dekompensation, Stoma, Fragezeichen, obere Einflussstau. Wenn Sie sich das EKG der Patientin anschauen, dann sehen Sie hier eine Tachycardie, Herzfrequenz von 177 pro Minute. Und wenn Sie genauer gucken, dann sehen Sie auch, dass die Patientin eine Arrhythmie hat. Das ist genauer gesagt eine Tachyarrhythmie. Man kann keine P-Wellen abgrenzen. Das ist also Tachycard-übergeleitetes Vorhofflimmern. Die Ursache, Sie werden es sich gedacht haben, ist eine Hyperthyreose. Und Sie sehen hier massiv erhöhte Konzentrationen des freien T4, FT4, des FT3 oder des freien T3 und eine supprimierte Konzentration von TSH. Wir sind also hier rechts unten in diesem Schema, hier bei der Wolke Nummer 5, die manifeste Hyperthyreose, die gekennzeichnet ist durch eine erhöhte FT4-Konzentration und durch eine niedrige TSH-Konzentration. Sie können sich auch mal in Ruhe die anderen Punktwolken anschauen. Die Wolke Nummer 1, das ist die Eutthyreose, das sind die normalen Personen. Und was Sie hier erkennen, ist diese graue Box, die definiert praktisch die Referenzbereiche für TSH und FT4. Gucken Sie sich das ruhig mal in Ruhe an und versuchen Sie mal, das zu reflektieren, warum bei den verschiedenen Erkrankungen die jeweiligen Punktwolken herauskommen. Wir wollen das kurz besprechen, zum Beispiel der manifesten Hyperthyreose. Ja, wir haben ein erhöhtes FT4, niedriges TSH. Das liegt natürlich an der Gegenkoppelung oder negativen Rückkoppelung. Das heißt, die TSH-Sekretion wird supprimiert durch die Rückkoppelung auf der Ebene durch Hypophyse. Hypophyse war eine Erkrankung, die bedingt ist durch eine Mehrproduktion oder mehr Freisetzung von Schilddrüsenhormonen in der Schilddrüse. Lässtlich haben wir es mit zwei unterschiedlichen Begriffen zu tun. Den Begriff der Thyriotoxikose und der Hyperthyreose. Das wird oft verwechselt und hier gibt es oft auch falsche Konzeptionen darüber. Die Frage ist, was ist die Beziehung zwischen diesen beiden Begriffen, Hyperthyreose und Thyriotoxikose. Viele denken, die Thyriotoxikose wäre so etwas wie eine thyriotoxische Krise, gerade im deutschen Sprachraum. Das stimmt aber nicht ganz, ist eigentlich was anderes. Eine Thyriotoxikose ist ein ganz allgemeiner Begriff. Jede Form der Überversorgung des Organismus mit Schilddrüsenhormonen wird als Thyriotoxikose bezeichnet. Und dann gibt es Unterformen davon. Und um das zu verstehen, sollte man sich vielleicht noch mal kurz vergegenwärtigen, wie überhaupt Schilddrüsenhormone produziert und freigesetzt werden in der Schilddrüse. Am Anfang steht die Synthese eines Proteins von Thyrioglobulin, welches dann von den Zellen, wir sind jetzt oben im Schema, freigesetzt wird und letztlich in das Kolloid im Inneren der Schilddrüsenfollikel abgegeben wird. Dort wird das Thyrioglobulin jodiert und schließlich mithilfe von zwei Enzymen, der Dualoxidase und der Schilddrüsenperoxidase, Thyroid Peroxidase oder TPO, dann so umgewandelt wird, dass Schilddrüsenhormone, insbesondere T4 und T3, an diesen Thyrioglobulin-Grundkörper gekoppelt werden. Und anschließend wird dieses nun mit Schilddrüsenhormonen versehene Thyrioglobulin prozessiert, kann durch Proteolyse abgebaut werden und wird dann schließlich freigesetzt und die Schilddrüse sezerniert dann T4 und T3 in die Blutstrombahn. Was Sie hier sehen, der Schlüsselenzym ist die Schilddrüsenperoxidase, die katalysiert den geschwindigkeitsbestimmenden Schritt und sowohl die Aktivität der Schilddrüsenperoxidase als auch weitere enzymatische Schritte, die hier von Bedeutung sind, werden durch CAMP gesteuert. CAMP, das ist der Second-Wessence-Shot des TSH, so dass damit deutlich wird, dass TSH in der Lage ist, die geschwindigkeitsbestimmenden Schritte zu kontrollieren. Und wenn die Aktivität der Schilddrüsenperoxidase gesteigert ist, dann bezeichnet man das als Hyperthyreose. Das ist die echte Hyperthyreose, eine gesteigerte Synthese von Schilddrüsenhormonen im Kolloid, im Inneren der Schilddrüsenfollikel, durch eine gesteigerte Aktivität der Schilddrüsenperoxidase. Es gibt noch eine andere Form der endogenen Thyriotoxidase, die also aus der Schilddrüse stammt, die aber nicht von einer gesteigerten Synthese herrührt. Das ist die Freisetzungsthyriotoxidase. Die Freisetzungsthyriotoxidase entsteht zum Beispiel bei entzündlichen Erkrankungen der Schilddrüse, wenn Schilddrüsenhormone aus platzenden Follikeln freigesetzt werden. Das sind präformierte Schilddrüsenhormone. Da ist nicht die Aktivität der Schilddrüsenperoxidase gesteigert, sondern hier werden nur Schilddrüsenhormone freigesetzt, die bereits im Vorfeld vorhanden waren im Inneren der Follikel. Und die dritte Form der Thyriotoxikose ist die Thyriotoxikosis Faktitia. Die rührt durch exogenen zugeführte Schilddrüsenhormone her. Und hier ist die Ursache zum Beispiel eine nicht indizierte oder überdosierte Therapie mit Schilddrüsenhormonen. Nicht indizierte Therapie sieht man zum Beispiel dann, wenn Schilddrüsenhormone als Abmagerungsmittel, ziemlich gefährliches Abmagerungsmittel verwendet werden. Aber sicher eher noch häufiger ist die Überdosierung in guter Absicht. Das nennt man Thyriotoxikosis Faktitia. So, also zusammenfassend, die Thyriotoxikose ist ein Überbegriff. Davon gibt es als Untergruppe die endogene Thyriotoxikose. Und hier bereits wieder als Unterbegriff die echte Hyperthyriose. Worin besteht die Symptomatik einer Thyriotoxikose? Viele von Ihnen wissen das schon. Die klassischen Symptome stehen in Tachycardie, Arrhythmien, Wärmeintoleranz, Nervosität, Gewichtsabnahme und gastrointestinalen Beschwerden wie Durchfall und Bauchschmerzen. Sie sehen hier rechts im Bild eine über 100 Jahre alte Abbildung eines Menschen mit einer Thyriotoxikose, und zwar Hyperthyroidism in the last stage of the disease, im Endstadium der Erkrankung. Daran sehen Sie schon, wie schlecht die Prognose früher war. Viele Menschen sind gestorben an der Thyriotoxikose, und das war ein solches Endstadium. Komplikationen sind vielfältig. Plötzliche Herztode ist ja insbesondere zu nennen. Auch Schlaganfälle treten gehäuft auf. Nicht selten sieht man eine Muskelschwäche bis zur Tetraparäse, bedingt durch die Hyperthyriose, die Psychose, und wenn sie länger besteht, kann sie auch eine Osteoporose entdecken. Das ist ein anderes, altes Beispiel aus dem Jahre 1840 von Karl von Barsedow, nachdem eine bekannte Schilddrüsenerkrankung später zumindest in den deutschsprachigen Ländern und in Japan benannt ist. Und Karl von Barsedow hat hier Madame F. beschrieben. Was sagt er? Madame F. fühlte sich bald sehr matt, verfiel in hartnäckige Diarrhoe, harte Nachtschweiße, magerte auffallend ab, wobei die Augäpfel aus der Orbita hervorzutreten anfingen. Die Kranke klagte dabei über Mangel an Atem, Brustbeängstigung, konnte jedoch tief einatmen. Sie hatte einen sehr frequenten kleinen Puls, einen klingenden Herzschlag, konnte die Hände nicht ruhig halten, sprach auffallend hastig, setzte sich, weil sie sich immer sehr brennend heiß fühlte, gern mit bloßer Brust und Armen der kalten Zugluft aus, zeigte eine unnatürliche Heiterkeit und Sorglosigkeit über ihren Zustand, ging und fuhr aus, ohne durch das Auffallende ihrer Erscheinung in Gesellschaften geirrt zu sein. Sie befriedigte ohne Rücksichten ihre sehr starken Appetite, stief gut, jedoch mit offenen Augen. Wir sehen hier fast alle Symptome der Hyperthyreose beschrieben. Außerdem sehen Sie noch ein weiteres, auch wenn Sie die Patientin sich anschauen, Sie sehen Augensymptome. Und auch Karl von Daher Basido beschrieb, dass sie mit offenen Augen schlief. Dazu kommen wir später noch. Das ist eine typische Komplikation des Morbus Basido. Wir haben über den plötzlichen Herztod gesprochen. Das ist durch viele Studien belegt. Und in den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass bereits ganz leichte Veränderungen der Schilddrüsenhormone ebenfalls das Risiko für den plötzlichen Herztod erhöhen. Was Sie hier sehen, ist ein Ergebnis einer eigenen Studie, die wir zusammen mit Kooperationspartnern in Düsseldorf und in Münster durchgeführt haben. Und hier hatten wir Patienten untersucht, die mit einem implantierbaren Kardioverter und Defibrillator versehen waren, ein ICD-Gerät, herzkranke Patienten. Und das Praktische ist daran, man kann sehen, weil das aufgezeichnet wird durch die Elektronik, wenn die Patienten ein Ereignis hatten, was normalerweise zum plötzlichen Herztod geführt hätte, wie Kammerflimmern oder ventikuläre Tachycardien. Glücklicherweise sind die Patienten nicht gestorben, weil sie ja das Gerät hatten. Aber was wir jetzt untersuchen konnten, ist, gab es da eine Assoziation zur Schilddrüsenfunktion und wie Sie sehen, gibt es eine überraschend starke Assoziation. Diejenigen, die einen Schock oder ein antitachycardes Pacing durch das Gerät benötigten, die hatten signifikant höhere FT4-Konzentrationen als diejenigen, die das nicht benötigt hatten, die also nicht am plötzlichen Herztod verstorben wären. Und interessanterweise, wenn Sie sich das genau anschauen, das sind nur relativ geringfügige Veränderungen. Wenn Sie sich diesen hellblauen Balken anschauen, der hinter diesen beiden Balkendiagrammen liegt, das ist der Referenzbereich für FT4. Deshalb bereits eine Veränderung innerhalb des Referenzbereiches erhöht signifikant das Risiko für einen plötzlichen Herztod. Rechts sehen Sie die Überlebenskurven. Die dunkelblaue Kurve sind diejenigen, die eine FT4-Konzentration über 18,5 Picomol pro Liter hatten. Die hellblauen mit einer niedrigeren Konzentration. Sie sehen, das ereignisfreie Überleben, also ohne Schock oder sonstige antitachycarde Therapie des ICD-Gerätes, das hängt sehr stark ab von der Höhe der Schilddrüsenhormone. Und das bestätigt viele, viele weitere Studien. Die größte dieser Studien ist sicher die Rotterdam-Study, die eine große Anzahl an Personen, ich glaube, es waren 100.000 in Rotterdam, untersucht hat über viele Jahre und auch hier eine starke Assoziation von FT4 im Referenzbereich mit dem Auftreten eines plötzlichen Herztodes beobachtet hat. Gut, zurück. Wir sind bei der manifesten Hyperthyreose. Diese Kurve hatten wir uns schon angeschaut. FT4 erhöht, TSH erniedrigt. Und das hier, dieses Regelkreis-Schema, was die grundsätzlichen physiologischen Verhältnisse abbildet, das ist natürlich eine ganz starke Vereinfachung. In Wirklichkeit ist die Regulation viel, viel komplexer. Das Wichtigste ist, dass es ein aktives Schilddrüsenhormon gibt, das T3, was ungefähr fünfmal so wirksam ist wie T4 und durch bestimmte Diodynasen in der Peripherie gebildet wird. Und Sie sehen auch, dass alle diese Prozesse plastisch sind, ja, durch Enzyme beeinflusst werden können. Die Aktivität der Diodynasen, aber auch viele zentrale Prozesse, gerade auf der Ebene des Hypothalamus, die Freisetzung von TRH, ist modulierbar durch Signale zum Beispiel des Energiestoffwechsels oder auch des Stressstoffwechsels, Stresssignale. All das kann den Sollwert des Regelkreises verändern. Aber auch das ist noch eine Vereinfachung. Aktuelle Forschung hat gezeigt, dass auch die Schilddrüse selber T3 bilden kann und dass diese Bildung von T3 in der Schilddrüse durch TSH gesteuert werden kann. Das nennt man TSH-T3-Schand oder TSH-T3-Feed-Forward-Control. Und natürlich ist auch das eine Vereinfachung, denn es gibt nicht nur T4 und T3, es gibt weitere Schilddrüsenhormone. Das Aktivste von ihnen ist das 3,5-T2, da sehen Sie links unten. Das ist nochmal dreimal so wirksam wie T3, kommt aber nur in einer relativ geringen Konzentration im Blut vor. Erwähnenswert ist auch das RT3, das ist das lilafarbene auf der rechten Seite. Das ist ein Schilddrüsenhormon, das ähnlich wie T3 auch drei Jodatome enthält, wo aber die Jodierungspositionen an anderer Stelle sind. Nicht an den Stellen 3, 3' und 5', sondern an den Positionen 3, 5 und 5'. Und das ist ein blockierendes Schilddrüsenhormon. Das ist nicht nur eigentlich aktiv, sondern das blockiert sogar die Signaltransduktionen. In bestimmten Situationen des Energiemangels und dem Hungerstoffwechsels oder auch bei kritischer Erkrankung, da wird T3 runterreguliert und RT3 hochreguliert. Das ist eine durchaus sinnvolle Funktion, die wir hier sehen. Allostatische Reaktion, Schilddrüsenallostase nennt man das auch oder Nonsarotel-Illner-Syndrom. Und natürlich, wie könnte es anders sein, auch das ist eine Vereinfachung. Es gibt in Wirklichkeit 27 Moleküle des Tyronin-Grundkörpers. Etliche davon sind hormonell aktiv. Diese Romme, die Sie links sehen, das sind die klassischen Jodothyronine. Die T4, T3, T5, T2, RT3, die wir vorhin besprochen haben, die finden Sie hier und einige weitere. Rechts oben sehen Sie die Jodothyroacetate. Das sind etwas kleinere Schilddrüsenhormone, also etwas kleinere Moleküle, die aber im Prinzip die gleiche Wirkung haben wie die klassischen Jodothyronine. Und rechts unten sehen Sie die Tyronamine. Das sind erst kürzlich entdeckte, oder besser gesagt wiederentdeckte Schilddrüsenhormone, die ganz andere Wirkungen haben. Da läuft gerade die Forschung sehr intensiv darüber, welche Funktionen die Tyronamine haben. Gut, zurück zur Tyriotoxikose. Ganz wichtig in der Klinik ist, dass man die Ursache klärt. Denn erst, wenn man die Ursache kennt, kann man eine zielgerichtete Therapie durchführen. Ursachen einer Tyriotoxikose sind vielfältig. Die wichtigsten sind eine Autonomie, also ein Schilddrüsenknoten in der Regel, der autonome Schilddrüsenhormone produziert. Ein autonomes Adenom, eines oder mehrere. Autoimmun-Tyriopathien, hier wäre insbesondere der Morbus Basido zu nennen, wo wir schon ein Bild gesehen haben von anderen Ursachen, sind eine subakute Tyriotitis, eine akute Tyriotitis, das sind jeweils entzündliche Erkrankungen durch virale bzw. bakterielle Infekte. Sehr selten gibt es sekundäre Hyperthyriosen, z.B. durch TSH-produzierende Adenome oder durch eine Resistenz von Schilddrüsenhormonen auf der Ebene der Hypophyse. Und bestimmte Medikamente wie Röntgenkontrastmittel oder Amiodaron, das ist ein Antiarrhythmikum, was strukturell ähnlich dem T4 aufgebaut ist und was insbesondere auch sehr viel Jod enthält, auch die können eine Tyriotoxikose verursachen. Die Art der Tyriotoxikose ist unterschiedlich. Eine Hyperthyriose, also eine Tyriotoxikose durch eine gesteigerte Aktivität der Peroxidase, die finden Sie bei autonomen Adenomen, bei Morbus Basido, auch bei sekundären Hyperthyriosen und das kann auch durch Kontrastmittel ausgelöst werden, die sehr viel Jod enthalten. Zu den Freisetzungsthyriotoxikosen gehören die subakute Tyriotitis und die akute Tyriotitis und Amiodaron kann beides auslösen. Eine Amiodaron-induzierte Tyriotoxikose Typ 1 ist eine Hyperthyriose, als Typ 2 bezeichnet man eine Freisetzungsthyriotoxikose durch eine Amiodaron-induzierte Entzündung der Schilddrüse. Die Autonomie kann man zum Beispiel durch eine Schilddrüse-Szintigraphie diagnostizieren. Hier wird Technetium injiziert und Technetium, radioaktives Technetium, wird ähnlich aufgenommen wie Jod von der Schilddrüse. Und Sie sehen hier auf diesen beiden Bildern, dass die Schilddrüse nicht symmetrisch ist, sondern dass man jeweils auf der linken Seite eine Struktur sieht, die vermehrt Technetium aufnimmt. Das sind autonome Adenome. Anders ist es bei Morbus Basido. Hier werden Antikörper gebildet. TSH-Rezepter, Auto-Antikörper, Trax im Deutschen oder Trappe im Englischen, die den TSH-Rezeptor stimulieren, in ganz seltenen Fällen auch hemmen, die Eye-Traps, aber viel häufiger sind die S-Traps, die stimulierenden, die dann zu einer Hyperthyreose führen, auch zur Entwicklung eines Troma. Sie hatten ja vorhin auch die Augen gesehen, der Madame F. von Karl von Basido. Und das wäre ein Beispiel für eine Patientin, ein aktuelles Beispiel. Und was Sie hier sehen, das ist nicht nur kosmetisch ungünstig. Wenn Sie sich die Augen dieser Patientin genau anschauen, sehen Sie, dass die Augen nicht parallel stehen. Diese Patientin hat Doppelbilder. Warum hat sie das denn überhaupt? Warum tritt bei einem Morbus Basido diese Augenbeteiligung auf? Früher dachte man, das wäre die Hyperthyreose, aber das ist es wahrscheinlich gar nicht, sondern man weiß heute, dass TSH-Rezeptoren nicht nur in der Schilddrüse exprimiert werden, sondern auch in den Augenmuskeln und in den Fibroblasten hinter den Augäpfeln im retroorbitalen Gewebe und eine Stimulation durch TSH-Rezepter Autoantikörper führt auch dort zu einer Vermehrung des Gewebes, sodass die Augen dann hervorquellen und dann auch weitere Komplikationen wie Entzündungen und eine Beeinträchtigung des Sehnervens und lässt sich auch eine Pseudoparese oder Pseudoparalyse auftreten mit den entsprechenden Doppelbildern. In Extremfällen, die zum Glück relativ selten sind, kann die endokrinde Orbitopädie sogar zur Erblindung führen. Wie diagnostizieren wir einen Morbus Basido? Eine Methode ist sonographisch. Man sieht hier, wie in diesem Beispiel, eine inhomogene, vergrößerte Schilddrüse, überwiegend echoarmer Natur und was fast schon pathognomonisch ist, das ist die Hyperperfusion in der Farbduplex-Untersuchung. Anderes diagnostisches Verfahren wäre die Untersuchung von Antikörpern. Hier werden insbesondere natürlich die Antikörper gegen TSH-Rezepteuren, also die Trax, erhöht. Was können wir therapeutisch machen? Die Akuttherapie besteht bei der echten Hyperthyreose in Thyreostatika. Carbimazol, Thiamazol und Propyl, Thio-Uracil. Das sind die drei Thyreostatika, die in Deutschland lieferbar sind. Und diese Thyreostatika eignen sich zumindest zur kurzfristigen Therapie. Ja, auch in Notfällen. Darüber hinaus gibt es Verfahren der definitiven Therapie, die Schilddrüsenresektion und die Radiotherapie. Das ist immer notwendig bei Autonomien der Schilddrüse. Aber auch beim Morbus Basido wird es zumindest in 50% der Fälle der Fälle notwendig sein, eine definitive Therapie durchzuführen, nämlich dann, wenn es nicht zu Remissionen kommt, innerhalb von einem bis maximal zwei Jahren. Gut. Gehen wir zurück zu unserer Patientin. Nun war der Verlauf relativ ungünstig für unsere Patientin. Wir sind ja noch in der Notfallaufnahme. Sie hat sich eben in der Tachycardie vorgestellt und hatte bereits Rasselgeräusche über der Lunge und innerhalb von kurzer Zeit hat die Patientin Nungenödem entwickelt und ist intubationspflichtig geworden, sodass die Patientin dann auf die Intensivstation aufgenommen werden musste. Und Sie sehen, wir haben es hier mit einem lebensbedrohlichen Verlauf einer Hyperthyreose zu tun und das ist das, was man als thyriotoxische Krise bezeichnet. Ich wiederhole nochmal, wir haben die Thyriotoxikose als allgemeinen Begriff, die Hyperthyreose als spezielle Form der Thyriotoxikose und die thyriotoxische Krise, das ist die lebensbedrohliche Verlaufsform der Thyriotoxikose. Wie stellen wir die Diagnose nicht anhand der Höhe der Schilddrüsenhormone? Das Muster am TSH, FD4 und FD3 kann völlig identisch sein, egal ob der Patient nur Befindlichkeitsstörungen hat oder ob er lebensbedrohlich krank ist. Wir verwenden klinische Kriterien für die Entscheidung ob es sich um eine thyriotoxische Krise handelt oder nicht. Es gibt hier zwei Score-Systeme, die sich bewährt haben, zum einen der Bert-Schwartowski-Score, den Sie hier sehen und zum anderen die Akamizu-Kriterien aus Japan. Weltweit wird häufiger der erste Score, also der Bert-Schwartowski-Score verwendet und den stelle ich Ihnen hier vor. Wir haben hier verschiedene Domänen, über die letztlich Schilddrüsenhormone wirken, die Körpertemperatur, die zentralnervöse Symptomatik, die Betroffenheit des Magen-Darm-Traktes und der Leber und verschiedene Formen der kardiovaskulären Dysfunktion. Und Sie sehen hier, dass zum Beispiel verschiedene Temperaturen mit verschiedenen Punkten versehen werden, verschiedene Ausprägungsgrade der kardiovaskulären Dysfunktion oder der zentralnervösen Symptomatik. Und diese Punkte werden dann in allen Domänen aufsummiert, die der Patient bekommt und ab mehr als 25 Punkten sagt man, eine thyriotoxische Krise ist möglich. Bei über 45 Punkten ist sie wahrscheinlich. So, was liegt nun bei unserer Patientin vor? Wir wollen das mal durchgehen. Sie hatte keine Hyperthermie, das heißt, sie hat hier nur fünf Punkte hinsichtlich der Körpertemperatur, das ist das Minimum in dem Fall, sonst sind es immer Nullpunkte. Sie hat auch keine zentralnervöse Symptomatik, aber sie hatte schon über Bauchschmerzen geklagt, deswegen bekommt sie hier zehn Punkte. Sie hatte eine Herzfrequenz von über 170, Sie erinnern sich, deswegen hier 25 Punkte. Sie hat bibasidäre Rasselgeräusche über der Lunge, deswegen nochmal zehn Punkte und sie hatte Vorhofflimmern, nochmal zehn Punkte. Was heißt suggestive Anamnese? Eine suggestive Anamnese beschreibt eine Erkrankung, die den Übergang von der einfachen Hyperthyreose zur thyriotoxischen Krise zündet. Das sind unspezifische Erkrankungen, Infekte, wie die Lungenentzündung, aber auch Faktoren wie die Geburt oder Stress im Allgemeinen, Myokardinfarkt, solche unspezifischen Erkrankungen, die zünden den Übergang von der einfachen Hyperthyreose zur thyriotoxischen Krise. Warum das so ist, darauf werden sie später noch zurückkommen. Das hatte die Patientin jetzt nicht, deswegen haben wir in der Summe 60 Punkte. Sie erinnern sich, die Patientin hat dann nach kurzer Zeit ein Lungenedem entwickelt und ist intubationspflichtig geworden. Er hatte dann 65 Punkte. Warum können unspezifische Faktoren den Übergang vermitteln von der einfachen Hyperthyreose zur thyriotoxischen Krise? Ich will Ihnen mal ganz kurz die Pathophysiologie erläutern. Am Anfang, und das müssen wir natürlich immer haben, haben wir erhöhte Spiegel der freien Iodothyronine, also von T4 oder T3. Die Thyriotoxikose müssen Sie natürlich haben, damit eine thyriotoxische Krise bestehen kann. Diese Thyriotoxikose führt dann dazu, dass eine Tachycardie auftritt, einerseits durch eine direkte Stimulation des Myokards, andererseits aber auch durch eine vasodilatierende Wirkung der Schilddrüsenhormone, die reflektorisch ebenfalls zu einer Tachycardie führt. Beides führt dann zu einer Hyperdynamen Kreislaufsituation, und das kann dann zumindest bei vorgeschädigten Herzen bereits zu einer kardialen Dekompensation führen. Unterstützt wird dieser ganze Prozess noch dadurch, dass eine Hyperthermie auftritt, die dann ebenfalls die hyperdynamische Kreislaufsituation stützt, dass ein Hypermetabolismus auftritt und dass eine Hypokalämie eintritt durch eine direkte Stimulation von Natrium-Kalium-Pumpen in den distalen Tubuli und auch das kann letztlich zu einer Tachycardie und auch zu Vorhofflimmern beitragen. Weitere Probleme sind Hypovolemie, die dann zum einen die Tachycardie unterhält und zum anderen aber auch zum Nierenversagen führen kann, was dann über ein Renokardiales-Syndrom die kardiale die Kompensation weiter unterhalten kann. Weitere Probleme sind die Muskelschwäche, die dann über eine gestörte Atemmechanik zu einer relativen Hypoxie führen kann. Wenn Sie an den Ollialiliestrand-Reflex denken, dann können Sie sich auch gut vorstellen, dass diese gestörte Atemmechanik und diese Hypoxie dann auch zu einer pulmonalen Hypertension führen können, die ihrerseits wieder weitere Probleme nach sich zieht. Andererseits können auch die Schilddrüsenhormone selbst eine pulmonale Hypertension verursachen. Es kommt auch zu einer Leberparenchymschädigung einerseits direkt durch die erhöhten Spiegel der Schilddrüsenhormone, andererseits indirekt durch die Hypoxie, durch die kardiale Dekompensation, so dass wir dann weitere Probleme entwickeln, denn die Leberparenchymschädigung führt zu einer gestörten Dasmerproteinbindung von Schilddrüsenhormonen, so dass die freien Schilddrüsenhormone weiter ansteigen und auch der Abbau von den Schilddrüsenhormonen ist verzögert, so dass wir bereits hier etliche Schleifen von positiven Rückkopplungen sehen, die nicht überlebt werden, wenn man hier nicht frühzeitig interveniert. Die Krone setzt dem Ganzen noch die Agitation und die Psychose auf, die natürlich die Situation dann nicht weiter erleichtert. Das heißt, wir brauchen entsprechend auch ein multimodales Vorgehen, um hier unsere Patienten behandeln zu können und das Leben retten zu können. Das Wichtigste ist sicher die Therapie mit Hyperthyreostatica, das heißt, die Reduktion der T4-Konzentration. Das gilt natürlich nur für die echte Hyperthyreose, wenn also die Aktivität der Schilddrüsenperoxidase gesteigert ist. In anderen Fällen, bei der destruktiven Hyperthyreotitis zum Beispiel würde man entweder nicht steroidale Antirheumatika oder Steroide geben, um auf diese Weise die Entzündung zu hemmen. Bis vor kurzem hat man noch empfohlen, die Deodierung zu blockieren, indem man unselektive Beta-Blocker, zum Beispiel Propranolol oder Pindolol gibt. Das steht auch noch in dieser Tabelle hier, die ein paar Jahre alt ist. Das macht man heute nicht mehr. Warum macht man das heute nicht mehr? Weil eine große Studie in Japan hat gezeigt, dass die Mortalität unter unselektiven Beta-Blockern erhöht ist. Deswegen, das ist durchgestrichen, vergessen Sie das. Aber was man weiterhin machen kann, ist Glucocorticoide geben und damit die Aktivität von Deodinasen zu hemmen, was dann dazu führt, dass weniger T3 gebildet wird. Sie erinnern sich, T3 ist fünfmal so stark wirksam wie T4, also das ist schon eine wirksame adjuvante Therapie. Propyl-Tiouracil ist auch ein Thyreostaticum, was die Aktivität von Deodinasen hemmt. Auf diese Weise ebenfalls zusätzlich zur Hemmung der Peroxidase auch die Aktivierung der Schilddrüsenhormone unterbindet. Beta-Blocker sind auf jeden Fall sinnvoll, um die Wirkung von Schilddrüsenhormonen an Myokard zu verhindern. Auch hier würde man heute keine unselektiven Beta-Blocker mehr verwenden, sondern selektive wie Metaprolol oder andere Beta-1-selektive Beta-Blocker. Supportive Maßnahmen sind ganz wichtig, ja, Überwachung des Kreislaufs, der Atmung, Flüssigkeitssubstitution, Elektrolytsubstitution, hochkalorische Ernährung, Fiebersenkung, Sauerstoffgabe, gegebenenfalls, wenn es notwendig ist, Intubation, Beatmung. Mit allen diesen Maßnahmen ist in den letzten Jahrzehnten möglich geworden, die Mortalität der pyrotoxischen Krise, die in den 30er Jahren noch bei fast 100% lag, auf mittlerweile unter 5% zu senken. Gut, zurück zu unserer Patientin. Wenn Sie sich das alles verinhaltlichen, dann wird es klar, dass es jetzt ganz wichtig ist, die Äthiologie der Thyriotoxikose zu klären. Was ist die Ursache? Was ist los bei dieser Patientin? Ein Ultraschall am Bett hat gezeigt, dass die Patientin eine relativ große Schilddrüse hat und Knoten, für das eine Möglichkeit darin besteht, dass sie möglicherweise ein autonomes Adenom hat und das hat sich tatsächlich bestätigt hier in der Synthiographie. Sie sehen hier einen massiv gesteigerten Technetium-Uptake von 7,5%. Der sollte normalerweise unter 2 bis 3% liegen, 7,5%. Das ist ein massiv gesteigerter Uptake an Technetium. Das heißt, wir haben hier eine dekompensierte Autonomie. Deswegen war es sinnvoll, der Patientin Thyriostatika zu geben und hierunter haben wir dann im Laufe der Zeit eine deutliche Besserung der Situation dokumentieren können und nach 10 Tagen konnte die Patientin extubiert werden und auf eine periphere Station verlegt werden. Wie schon erwähnt, können Funktionsstörungen der Schilddrüse, insbesondere aber auch hyperthyriosen und sogar thyriopoxische Krisen durch Substanzen ausgelöst werden, die sehr große Jodmengen enthalten, zum Beispiel Röntgenkontrastmittel oder Amiodarone. Ich habe Ihnen hierzu ein weiteres Beispiel mitgebracht und diesmal erzählt der Patient selbst. Diese Krankheit, ja, die tut doch an, ich sagte, ich nehme eben da Cortison und zwar einmal am Tag an Sprei, wie wir jahren und 2,5 Milligramm Cortison oral. Zwischenzeitlich aber ist bei mir die Schilddrüsen-Eberfunktion ausgebrochen und zwar im Jahre 78. Ich war damals auch im Krankenhaus Ulm stationär behandelt worden ohne eigentlich zur Zufriedenheit. Es ist nur am rechten Auge ist was zurückgeblieben, aber sonst im Großen und Ganzen bin ich heilig zufrieden gewesen. Können Sie vielleicht noch mal kurz schildern zu Ihrer Schilddrüsenerkrankung, wie sich das bei Ihnen geäußert hat, wie haben Sie das zuerst festgestellt? Ja, ja, ja. Die Erkrankung der Schilddrüsen hat sich folgendermaßen geäußert, Gewichtsabnahme, unmaschinelle Nervosität, Zittern an den Händen, am ganzen Körper. Ja, das war's so. Und das haben wir praktisch, haben wir das dann hier bestrahlt und durch die Bestrahlung ist der Baseltocht wieder zurückgegangen, wobei am rechten Auge was geblieben ist. Aber sonst habe ich keine Schwierigkeiten mehr gehabt. Ich bin dann auch ambulant immer nach oben gekommen zum Herrn Doktor, Professor Los. Vierteljährlich hat er mir eben behandelt und ich war eigentlich mit dem zufrieden und ich habe mit meinen Augen keine Schwierigkeiten mehr gehabt. Nach einem gewissen Zeitraum war es so, in einem gewissen Zeitraum war es so, dass ich die Tabletten und zwar die Tabletten die Tabletten L-Tieroxin habe ich etwa 10, 12 Jahre genommen, sagen wir mal bis 86 und dann habe ich die Tabletten total abgesetzt. Das hat aber mehr oder weniger mein Hausarzt gemacht, weil der hat immer die Laborbefunde und zwar ist es das T-C-S-H war ganz normal wenn wir also wie gesagt ich brauchte einfach nichts mehr. Allerdings bei jeder Erkrankung musste ich angehen, wo ich ein Kontrastmittel gespritzt bekommen habe, musste ich angehen, dass man bei mir vorsichtig umgeht und zwar aufgrund der Schilddrüsenerkrankung. Das habe ich auch immer gemacht, bloß dann durfte das bei meinem Arsch-Hertzinfarkt. Der war am 14.09.1986. hat man irgendwie habe ich die selber nicht preisgegeben oder habe ich selber nicht gesagt, ist das dann wieder ausgebrochen. Aber nur kurze Zeit und dann war es wieder gut. Und dann erfolgte ja, wie gesagt, wenn ich Sie kurz unterbrechen darf, hat man da einen Herzkatheter gemacht 1986. Richtig. in Ulm zuerst hier eine Herzkatheter gemacht und da war Ulm noch keine Herzklinik, dann wurde ich mit dem Hubschrauber der Bundeswehr nach Freiburg geflogen. Das hat sich eigentlich, ich habe zu Hause eine Waage und bin immer auf der Waage gestanden in der Früh und jedes Mal hat wieder ein Kilo gefehlt. Und jetzt verlete ich meinen Zeitraum ja von zwei Wochen. Und da hat sich auch der ganze Zustand bei mir hat sich da verschlechtert. Wie viel haben Sie abgenommen? 15 Kilo. In welcher Zeit? Ja. In welcher Zeit? Etwa zwischen 14 Tagen und drei Wochen. Am 16.12. 2003 ist mir schon beim Aufstehen in der Früh einfach nicht richtig wohl gewesen. es war mir mehr oder weniger übel was sich eigentlich im Laufe des Tages stabilisiert hat. Ich möchte in den Tagen stabilisieren sondern besser geworden ist und gegen die Arten sind die Symptome wieder aufgetreten. Ich habe ich habe dann meinen Hausarzt angekommen. Der war leider Gottes war der nicht abgekümmlicht. Er war weg. Und habe dann über die Rettungsleitstelle habe mich informiert wer der zuständige Arzt ist. Meine Frau hat diesen auch konsultiert und der ist kurze Zeit später etwa eine halbe Stunde bei mir aufgetreten und hat mich untersucht. Hat dabei festgestellt dass ich einen starken Pulsschlag habe. Der Pulsschlag war 120 und der Blutdruck war 190. Ich habe das selber schon gemerkt die Hände ins Ohr oder vor dem Ohr und da spiele ich ganz genau den Pulsschlag und der war ziemlich stark war der und dann sage ich zu meiner Frau das hat so gewertet wir müssen den hand rufen und der ist auch gekommen wie gesagt hat alles aufgenommen hat die ganzen medikamente aufgeschrieben kurzer gut alles hat sich hier mit der medizinischen klinik im oberen edelsberg in verbindung gesetzt und anschließend bin ich mit dem Rettungswagen hier eingeliefert worden so gegen 11 12 uhr bei der Nacht ich wurde gleich anschließend auf der not aufnahme wurde ich untersucht auch noch es wurde ein EKG geschrieben und weitere untersuchungen vorgenommen am körper und auch gleich eine infusion gelegt und verabreicht ich war die ganze nacht bis zu früh morgen war ich drunten in der notaufnahme in der notaufnahme selber bin ich dann verlegt worden auf die station a2 67 es ging mir nicht gut am nächsten tag ich muss jetzt dazu sagen mir ist übel geworden ich habe und wurde dann eigentlich hier äh ältlicherseits versorgt ich habe selbst äh die ganze sache überhaupt nicht so mitbekommen was alles um meine person geschehen ist und gut und ich war wie gesagt äh äh ältlich dann versorgt und es war so viel ich nachher erfahren habe eine ziemlich akute sache bei mir wo es eine hyperthyreose und eine thyriotoxikose gibt gibt es auch das gegenteil eine hypothyreose eine unterfunktion der schilddruse und die hypothyreose ist nicht nur von der pathophysiologie her das gegenteil der thyriotoxikose sondern auch von der klinischen symptomatik her die radicardie eine kälteintoleranz hypothermie müdigkeit gewichtszunahme und ein myxidem was ist ein myxidem das normale kardiale ödem kennen sie alle das ist ein wegdrückbares ödem das heißt wenn man hier zum beispiel in den unterschenkel leicht reindrückt mit dem daumen dann bleibt eine delle die sekunden bis minuten erhalten bleibt das haben sie beim myxidem nicht sie können das nicht wegdrücken haben auch eine ödematöse schwellung und die große komplikationsfurcht die man hat das ist die furcht vor dem perikarderguss vor der co2 narkose und insbesondere vor dem koma auch heute noch hat das myxidem koma eine relativ schlechte prognose hier oben sehen sie wieder ein historisches bild aus einem alten lehrbuch der psychiatrie und sie sehen hier die patientin links mit dem vollbild des myxidems gerade noch nicht im koma aber schwer beeinträchtigt und dann unter therapie mit schilddrüsenhormonen dann eine deutliche verbesserung des zustandes auch hier ist es sinnvoll die ursache zu klären die häufigsten ursachen sind sicher die autoimmun thyriopathien die orthyrioditis und die haschimotethyrioditis die wie eingangs erläutert 10% der vervölkerung betreffen seltenere ursachen sind die subakute thyrioditis da sind wir schon begegnet bei der thyriotoxikose das ist die initiale phase später kann die subakute thyrioditis dann zu einer hypothyriose führen andere formen sind eine silent thyrioditis das ist eine thyrioditis die ohne symptome einhergeht und sich erst später als hypothyriose ohne sonst erkennbare ursache manifestiert die akute thyrioditis und ein paar andere seltene ursachen wie eine zentrale hypothyriose gar nicht so selten ist die thyrioprive hypothyriose das ist die die auftritt wenn die schilddrüse operiert worden ist oder einer radiotherapie unterzogen worden ist dann resultiert natürlich auch eine hypothyriose medikamente können das auch verursachen lithium und carbamazepin und auch amiodaron dem sind wir auch schon begegnet das macht häufiger eine hyperthyriose kann aber auch zu einer hypothyriose führen wie behandeln wir die hypothyriose das ist theoretisch relativ einfach sie geben t4 üblicherweise 1,6 mikrogramm pro kilogramm körpergewicht aber hier muss man aufpassen der bedarf ist individuell unterschiedlich deswegen wird man in der praxis nicht umhinkommen nach den tsh konzentrationen und auch nach den ft4 und ft3 konzentrationen zu dosieren bei älteren menschen muss man sehr langsam die dosis steigern ein relativ geringer prozentsatz der patienten profitiert von der zusätzlichen therapie mit t3 das sind diejenigen die eine schlechte lebensqualität haben trotz scheinbar hinreichender substitutionen mit t4 das nennt man syndrom t diese gruppe und wahrscheinlich wird ein teil dieses syndrom t durch eine verminderte gewebeaktivität von diodynasen ausgelöst so richtig erforscht ist das noch nicht aber diese subgruppe würde dann auch von der t3 substitutionen profitieren das ist wesentlich komplexer weil sie c3 nur relativ gering dosieren dürfen und insbesondere auch zweimal täglich geben müssen meisten patienten fahren sehr gut mit der monotherapie mit t4 ja und der dritte wichtige punkt bei der schilddrüse das sind die schilddrüsen knoten knoten können natürlich zu einer hyperthyreose führen wie das beispiel was wir eingangs gesehen haben mit unserer patientin die ein autonomes adenom hatte aber knoten können auch noch ein ganz anderes problem machen denn knoten können natürlich krebs sein schilddrüsen karzinom das ist natürlich wichtig dass wir das erkennen wenn Sie daran denken dass ein erheblicher prozentsatz der bevölkerung schilddrüsen knoten hat dann ist es klar wie wichtig es ist hier eine risikostratifizierung durchzuführen und zu erkennen welcher knoten ist ein karzinom und welcher nicht und hier gibt es glücklicherweise inzwischen einige kriterien die uns helfen das eine ist die perfusion im farbduplex die perfusionstypen nach alveneck als perfusionstyp 0 bezeichnet man einen knoten der gar nicht perfundiert perfusion außenrum 3 wäre die kombination aus 1 und 2 und 4 das wäre eine so starke perfusion dass sie intranodulärisch anz sehen und sie können sich vorstellen je höher der perfusionstyp ist desto stärker ist die stoffwechsel aktivität des knotens deswegen ein karzinom kann einen höheren perfusionstypen haben aber auch ein autonomes adenom kann einen höheren perfusionstypen haben deswegen ist immer auch die bestimmung der schilddrüsen funktion wichtig nicht nur deswegen natürlich aber auch deswegen gut als beispiel das wäre ein perfusionstyp 2 sie sehen hier den knoten in der mitte der die ring vermittelt dieses perfusions muster außenrum hat auch das wäre ein perfusionstyp 2 hier sehen sie auch eine binnen perfusion das wäre ein autonomes adenom mit perfusionstyp 3 neben dem Farbduplex hilft aber auch das b-bild sehr gut die mögliche malignität von schilddrüsen knoten abzuschätzen und hier hat sich die teilrats klassifikation bewährt und im prinzip erkennen wir die gutartigen die intermediären und die bösartigen muster grün unterlegt sind die gutartigen muster das zb liquide binden struktur also eine zyste bongiforme binden struktur also ein schwammartiges muster oder mischungen aus schwammartigen und liquiden muster das sind die photoütypen 1 2 oder 3 die man als tierats 2 klassifizieren würde tierats 2 hat eine malignitäts wahrscheinlichkeit von 0% außer wenn eine autoimmun thriopathie besteht dann würde man als tierats 3 bezeichnen die tierats 2 muster dann ist sie geringflügig höher etwa im bereich von einem prozent dann haben wir die malignitäts kriterien die sehen Sie unten in diesem rosa ein Knoten der tiefer als breit ist oder Mikrokalsifikation in dem Knoten und dann zählen wir die Anzahl dieser malignitäts kriterien wenn eines erfüllt ist dann nennen wir das 3 4 a das ist immer noch eine malignitäts wahrscheinlichkeit von etwa 5% wenn 2 erfüllt sind 4 b wenn 3 erfüllt sind 4 c ist die malignitäts wahrscheinlichkeit schon hier ist die malignitäts verständigkeit über 80% Teilrat 6 das ist eigentlich nur eine statistische Kategorie wenn der Knoten bereits als maligni erkannt ist zum Beispiel durch Operation historisch maligni ist dann würde man das retrospektiv als Teilrat 6 klassifizieren das ist hier eine theoretisch wichtige Klasse was Sie vielleicht noch bedenken sollten es gibt leider unterschiedliche Teilrat klassifikationen nicht alle sind genauso wie hier ist im Prinzip ähnlich aber es gibt leider inzwischen sehr viele verschiedene Teilrat klassifikationen die EU Teilrat klassifikation dann die Teilrat klassifikation der amerikanischen radiologen die koreanische Teilrat klassifikation und weitere die sich in Details hier unterscheiden deswegen muss man immer genau wissen welche Teilrat klassifikation ist gemeint wenn man das beurteilen will letztlich sind alle nützlich und sehr hilfreich Risikostratifizierung von Schildrissen Knoten hier als Beispiel eine Schildrissen Zyste das wäre also wenn wir nochmal zurückgehen zu unserem Bild eine liquide Binnenstruktur Colloid Typ 1 und damit Teilrats Klasse 2 das wäre eine gemischte Binnenstruktur Spongiform mit liquiden Anteilen Colloid Typ 3 auch Teilrats Klasse 2 trotzdem so ganz harmlos ist dieser Knoten nicht denn der ist ganz stark perfundiert das ist muss aber nicht so dringlich behandelt werden wie ein Karzinom zumindest dann wenn nicht mehr als der latente Hyperthyreose besteht ein relativ neues Verfahren zur Dignitätsbeurteilung ist die Elastographie das ist ein Verfahren mit dem mit Hilfe des Ultraschallgeräts die Elastizität oder Festigkeit des Gewebes untersucht werden kann da gibt es auch wieder verschiedene Verfahren die Strain Elastographie und die Shearwave Elastographie hier als Beispiel eine Shearwave Elastographie das funktioniert im Prinzip so dass in dem Schallkopf ein Vibrationselement enthalten ist so ähnlich wie im Mobiltelefon nur viel schwächer sind diese Vibrationen und die werden dann übertragen auf das Gewebe und können dann wieder durch einen Algorithmus die Verformungen ausgewertet werden und das wird dann einerseits farbig kodiert und andererseits kann das auch quantitativ als Gewebefestigkeit in dem Beispiel gemessen in Kilopascal wiedergegeben werden ein sinnvoller Cut-off Wert für Knoten ist 65 Kilopascal Gewebe was über wir sehen bei diesem Knoten hier der hat 6 Kilopascal Gewebefestigkeit also das ist mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit beniegene bisschen anders sieht es hier aus das ist eine Kalkschale wir sehen hier dieses starke Verkalkungsmuster Sie können gar nicht innen reinschauen Sie sehen nur die Kalkschale und die ist natürlich sehr sehr hart in der Elastographie damit sind wir am Ende unserer kleinen Reise in die klinische Tyriologie angelangt was vielleicht unbefriedigend bleibt ist die Übersetzung zwischen der Pathophysiologie der Physiologie und der Biochemie auf der unteren Ebene und der Klinik und der Epidemiologie sozusagen auf einer oberen Ebene das ist tatsächlich überall in der Medizin eine Herausforderung diese Translation zwischen den Ebenen und tatsächlich ist die translationale Medizin etwas was sich in den letzten Jahren eines zunehmenden Interesses erfreut und eine immer größere Rolle spielt und als Beispiel wie so eine Translationale Medizin in der Tyriologie aussehen könnte habe ich Ihnen mal eine Computersimulation gestartet das ist das Programm SimTyr das ist ein Simulationsprogramm des Hypophysen Schilddrüsen Regelkreises und der Schilddrüsen Homöostase und mit diesem Programm kann man sehr viel verstehen insbesondere was diese Übersetzung zwischen den kausalen Ebenen angelangt SimTyr können Sie sich kostenlos für Ihren eigenen Rechner herunterladen es läuft auf Windows MacOS Linux Solaris also allen einigermaßen gebrauchlichen Betriebssystemen die Adresse wo Sie sich das runterladen können finden Sie in den Shownotes unten in dem Kommentar zu diesem Video und wenn Sie sich das runtergeladen haben dann können Sie das Programm einfach starten indem Sie es anklicken und das Erste was Sie tun können dafür ist das Programm schon vorbereitet ist dass Sie einen Simulationslauf über einen Tag durchführen bereits voreingestellt ist die Simulation über 24 Stunden über einen Tag Sie sehen hier Duration One Day und hier gibt es noch optionale Testsignale die lassen wir mal weg die spielen jetzt aktuell keine Rolle sondern wir klicken hier einfach auf Start und dann sehen wir hier die Simulation über 24 Stunden und zwar sehen wir hier in dieser Tabelle die Entwicklung bestimmter Hormonkonzentrationen TRH TSH in der Hypophyse TSH in der Peripherie Gesamt-T4 freies T4 Gesamt-T3 freies T3 und ein zentrales T3 Kompartiment und diese Entwicklung über die Zeit zeigt uns wie sich die Hormonkonzentrationen ändern übersichtlicher ist vielleicht diese grafische Darstellung hier wo wir auch Zeitreihen sehen und man sieht hier oben die TSH Konzentration wie die sich über 24 Stunden ändert und was hier auffällt ist dass TSH einem ausgiebigen 24 Stunden Rhythmus unterliegt einer zirkadianen Rhythmik darüber hinaus gibt es aber noch eine weitere Rhythmik und die besteht darin dass TSH pulsatil ausgeschüttet wird mit ungefähr einem Puls bis alle 90 minuten unter gewissen unregelmäßigkeit darin das sieht man hier sehr schön das ist eine ultradiane Rhythmik die wahrscheinlich auch physiologisch eine Rolle spielt außerdem hier voreingestellten Hormonen kann man auch noch andere Hormone hier einstellen man kann das TRH im Portalgefäß System sich angucken oder die TSH Konzentration in der Hypofyse und damit den Zeitverlauf studieren Interessant für die pathophysiologische Translation ist natürlich jetzt wie die Struktur des Regelkreises mit dem Verhalten zusammenhängt und insbesondere wie sich Erkrankungen der Schilddrüse entwickeln und wir wollen das mal ausprobieren indem wir mal einen kritischen Strukturparameter nämlich die Sekretionsleistung der Schilddrüse reduzieren die Sekretionsleistung der Schilddrüse liegt normalerweise bei ungefähr 3,4 Picomol pro Sekunde 1,41 bis 8,67 Picomol pro Sekunde ist der Referenzbereich und wir reduzieren die jetzt mal auf ungefähr die Hälfte sagen wir mal 1,8 Picomol pro Sekunde und dann simulieren wir das Verhalten des Regelkreises nochmal über 4 Wochen über 28 Tage und gucken mal was passiert und was wir jetzt sehen ist dass das TSH langsam ansteigt und dass die FT4 Konzentration langsam absinkt die FT4 Konzentration bleibt hier im Referenzbereich über 4 Wochen die TSH Konzentration ja je nachdem was man als Obergrenze des Referenzbereichs interpretiert manche setzen die Obergrenze bei 2,5 Millie u pro Liter an andere bei 3,5 wie unsere labor andere bei 4 so sieht man doch dass mitunter dann eine erhöhte TSH Konzentration resultiert aber nicht immer wir simulieren das vielleicht nochmal für 4 Wochen und dann sieht man noch mehr Abweichungen der TSH Konzentration nach oben hin und zwar interessanterweise nur zu bestimmten Tageszeiten und zwar immer vormittags vormittags geht das TSH über 4 Millie u pro Liter hinauf nachmittags nicht das ist pathophysiologisch wichtig wenn sie in der Notfallaufnahme arbeiten und um 18 Uhr jemand kommt und sie den Verdacht auf eine beginnende Hypothyreose haben dann entdecken sie sie vielleicht gar nicht weil die TSH Konzentration physiologischer Weise relativ niedrig ist zu dieser das ist zum Beispiel eine der Implikationen die sich aus solchen mathematischen Modellierungen ergibt durch diese Kombination aus noch normaler FT4 Konzentration aber erhöhter TSH Konzentration ist übrigens die latente Hypothyreose definiert diese kritische Zeitabhängigkeit der TSH Konzentration die ja damit auch Einfluss hat auf unsere Diagnosestellung das kann man eben wirklich gut nur in einer Computersimulation sehen oder man müsste eben extrem aufwendige Studien machen wenn man das in vivo untersuchen wollte ja wir haben damit praktisch so etwas wie einen Flugsimulator für die Schilddrüsen Funktion und Sie können damit Experimente machen die Sie an Patienten nie durchführen können zum Beispiel Sensitivitäts Analysen indem wir dann gucken wenn wir systematisch einen bestimmten Parameter ändern zum Beispiel hier die Aktivität der Typ 2 Diodinase im ZNS wie verändern sich die Konzentrationen bestimmter Hormone die wir messen können was passiert mit diesen Konzentrationen im Rahmen von solchen systematischen Änderungen das ist in vivo entweder sehr schwierig möglich oder unmöglich und am besten Sie spielen einfach mal rum da gibt es ganz ganz viele ganz viele Optionen die man hier ausprobieren kann ganz zum Abschluss möchte ich Sie auch noch auf eine andere Sache hinweisen das ist ebenfalls ein Gebiet was zunehmendes Interesse erfährt und zwar sowohl in der Forschung als auch in der klinischen Medizin und das ist die Psychoendokrinologie hier reden wir natürlich über die Psychoendokrinologie der Schilddrüsen Funktion und wenn Sie bedenken dass die Hypophyse an der Basis des ZNS sitzt über ein Portalgefäßsystem verknüpft mit wichtigen Zentren des Hypothalamus und zwar reden wir hier von den TRH produzierenden Neuronen des Nukleus Paraventricularis und wenn Sie bedenken dass diese Neuronen multiple Afferenzen erfahren aus wichtigen Zentren des limbischen Systems aus Zentren der Energie Homöostase aus Zentren die mit der Thermoregulation zu tun haben und anderen wichtigen Teilen des ZNS dann kann man verstehen dass Schilddrüsenhormone auch Stresshormone sind das hat man erst in der letzten Zeit verstanden vielleicht auch deshalb weil die Schilddrüsenhormone sehr sehr langsam reagieren und sozusagen die langsamste Stressreaktion die allostatische Last vermitteln ich habe Ihnen in den Shownotes in den Kommentaren zu diesem Video noch links hinterlegt zu Artikeln die hier einschlägig sind und vielleicht von Interesse Ja die Schilddrüse wie gesagt ein kleines Organ aber wir haben gesehen auf unserer kleinen Reise durch die Thyriologie dass die Schilddrüse eine enorme Bedeutung hat und vielleicht konnte ich Ihnen zeigen dass das nicht nur für die epidemiologische Ebene gilt sondern eben ganz besonders auch für die individuellen Patientinnen und Patienten die betroffen sind von Erkrankungen der Schilddrüse und deswegen ist es wichtig sich damit zu befassen Schilddrüsenerkrankungen ernst zu nehmen und professionell anzugehen Schilddrüse und Schilddrüse und Schilddrüse 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 und Schilddrüse